Kann ich hier irgendwas schon mal kaputt machen? Oh! Ach du Scheiße! Kannst du nochmal irgendwas brennendes werden? Scheiße, jetzt brenne ich selber. Ah! Spitzlieg. Entschuldigung. Ähm... Ich kann aber... Doch, war ich gerade. Ich glaube nicht, dass die mich sehen, oder? Sehen die mich hier oben? Ich hatte jetzt eigentlich nicht vor hier oben zu stehen und rum zu... War so richtig laut zu sein. Scheiße. Wir müssen echt gegen die Kämpfe. Aua. Das schafft mich die ganze Zeit. Das ist echt nervig. Ja, dann los. Es sind nur drei. Was? Boah, ist das dein Ernst? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße! Boah, so eine Kacke! So. Ich war da schon mal ein bisschen getroffen. Reflektieren. Ey, dieses Reflektieren ist so nervig. Ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht. Es ist so ätzend, dass... Die einfach vier sind. Da können vier Leute immer was machen. Bei uns kann einer was machen. Äh, zwei. Was machen. So. Jetzt geht es nämlich los. Klasse. Ganz klasse. Ja. Ich glaube es nicht. Es kann doch nicht wahr sein. Hallo. Super. Ja, ist doch gut. Tod. Es ist ätzend. Nee. So, jetzt kann sogar nur einer was machen. Wie soll das denn gehen? Wir müssen doch hier vorher schon irgendwie welche töten können, oder? Ich glaube das anders... Ich glaube das anders... Ich kann mir das anders irgendwie gar nicht erklären. Hattest, pass auf. Ich kann den echt nur einmal... Ich kann den echt nur einmal... Ich kann den echt nur einmal... Nee, halt. Ich kann den doch mal gut machen. Scheiße. Können wir denn den hier machen? Hier oben ist ja sonst nichts, oder? Scheiße! Kacke, ey! Scheiße, ey, jetzt bin ich schon vorher fast tot. Ja, klasse, klasse. Ganz großes Kino. So ein Scheiß, ey. So ein Scheiß. Komm. Ach gut. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, weil... Wohl eigentlich, dann trifft er vielleicht den. Na gut, dann rett er nämlich weg. Das ist ja auch relativ clever. Was macht er? Was macht er? Nichts. Ich nehme erst mal so einen Trank, weil ich bin so ein bisschen vorsichtig und unsicher auch. Ähm... Gut. Warum kann er zweimal angreifen? Warum... Was soll das? Das verstehe ich schon wieder nicht. Und er ist auch abgehauen. Jetzt hat er nur noch einen. Das dürfte ja machbar sein, hoffe ich. Ich. Ja. Das ist ja schrecklich. Lass... Das ist ja schrecklich. Ja. 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 Ah, scheiße. Ich hätte einen Machtangriff nehmen sollen. Der ist echt stärker. Der einfache Angriff bringt echt fast gar nichts mehr. Das ist echt schade. Komm, 150 hat er noch. Er nimmt jetzt was. Okay, er nimmt nichts. Nee, ist es auch nicht. Können wir mit ihm reden? So, was ist jetzt hier? Wo sollen wir hin? Hier hin? Nee, da kommen wir nicht rein. Gut, dann müssen wir in die andere Richtung. Du kannst nicht mit ihm reden! Ach so. Ach so, ja. Ja, ist ja gut. Ins Klassenzimmer der vierten Klasse. Na dann los. Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Wahrscheinlich gar nicht. Ein Bosskampf. Oh Gott. Ach süß! Wie hat denn der Hund? Der Hund kann uns bestimmt anbiedern oder so. Oh oh. Hallo! Alter! Wie krass der ist. Ja, klasse. Das ist ja süß. Das ist ja echt süß jetzt. Boah, der nervt aber. Ich glaube, man sollte seinen Hund nicht unbedingt zuerst umbringen. Das macht ihn eventuell leicht aggressiv. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Hallo. Du übertreibst mich. Ah, der hätte auch einen großen kriegen können. Scheiße, hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Können wir ihn auch abwerfen, oder? Oh. Ich hab das Gefühl, wir kommen gar nicht so richtig voran. Hallo! Alter, wie... Der übertreibt... Der übertreibt echt hart. Komm, der kriegt mal lieber so ein Ding. Das war's doch schon. Fast. Ja, gut. Fast. Acht noch. Sehr gut. Sehr gut. So kann es doch weitergehen. So, dann klauen wir erstmal sein Zeug. Wir haben irgendeine Waffe. Eine überlevelte, glaube ich. Also, die mehr Level hat als meine, meine ich. Also, als unsere. Gucken wir doch gleich mal. Da gucke ich doch erstmal, was wir hier Schönes haben. Klinge des... Die haben wir im Moment, ne? So, dann nehmen wir doch die hier. Die sieht doch ganz klasse aus. Ja, komm, mach das weg. Acht, acht. Starke Leistung. Toll. Können wir gar nichts nehmen. Kann ich irgendwo was zerstören? Kann ich nicht. Denken aber ausrauben. Komm ich hier rein? Oh ja, komm ich hier rein. Ich habe immer Angst, in so Türen reinzunehmen. Ich, hier ist doch bestimmt gleich irgendwas, ja, was ich nicht sehen will. Das zum Beispiel. Aber mehr ist hier gar nicht, ne? Kann ich da reingehen? Ah! Hä, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr kacken, irgendwie. Los! Ich kann das echt nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Naja. War ein bisschen schlimm. So. Hier ist noch ein Spind. Ah, da ist die vierte. Das ist die fünfte. Da ist bestimmt irgendwas Ekliges drin. Eine Ratte. Oder was ist das für ein Vieh? Nicht, dass mich das tötet oder so. Oh! Ach, wir sind damit befreundet. Okay. Das ist also keine böse Ratte. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Scheiße. Das ist einfach voll die schwere Entscheidung. Wenn ich ihn schlage, bin ich dann auf seiner Seite und wenn ich ihn schlage... Das war klar. Also für mich war es klar, dass... Alter, warum ist er so... Alter! Ha! Ha! Ja! Was macht der denn? Was hat der denn für komische Attacken? Ist der ja doof. Das ist so gescheuert. Yay! Und er kriegt jedes Mal wieder einen drauf dafür. Ich raff das irgendwie nicht. Das ist doch total unlogisch. Was er macht. Was ist das denn? Mein Finger! Was? Das war's schon? Das war's? Das war's. Das ist das Schole. Das haben Tabletops. Aber Twitter sagt... Look over hier. Das desk hat writing on it. Check my locker. Whose desk is that? Das... Das ist Clyde's desk. Das ist Clyde's desk. Greetings, humans and drow elves of Zoran. Clyde. He took the stick. While you've all been busy fighting amongst yourselves, I have built a kingdom beyond your comprehension. I prayed for a way to destroy you all and the solution came crashing down from the heavens. Oh no, it's more of that green stuff. With what I have found, I shall raise an army of the dead. I shall raise an entire army of darkness and kill the earth. Clyde, but why? I banished him to be lost in space and time and now he's all pissed off. So you see, fools, I control the stick and the future of the earth. Clyde, do you want a sandwich? Not now, Dad. I'm making a ruler of darkness video. Whoever controls the stick controls the universe. And my first deed is that I hereby denounce the human and the elf kingdoms. And strip both kings of all their power. Motherfucker. Oh, hello, boys. Can we speak to Clyde, please? Clyde's out playing in the backyard with his little friends. Oh, hello. Come and get it, losers. Ha, 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 ha. You can't do that, Clyde. You're lost in time and space. No, I'm not. Yeah, you are, asshole. Army of darkness, defend the fortress. Please. Craig, Craig, you're on my side. You don't have authority anymore. The keeper of the stick said so. This can't be happening. God damn it, I have fucking authority. Sorry, warriors and wizards. I'd love to invite you into my fortress of darkness, but I'm afraid you're too late. Too late? What do you mean we're too late? There you are, butters. Do you know what time it is, mister? It is way past your bedtime. Oh, shit. It's past our bedtime? Dude, I'm gonna get it. Ha, 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 ha. Clyde, it's past your bedtime. Ha, ha, can't come, Dad. Ha, 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 ha. Okay. Ich glaube, es ist nun auch, äh, ja, geh zurück nach Hause. Es ist Zeit, auch für uns, zurück nach Hause zu gehen. Gucken wir mal hier, so was können wir hier machen. Ist ja irgendwas Schönes. Ah! Ich kann sehen, dass da irgendwas bringt. Schneller! Wo wohnen wir denn nochmal? Da sind die verlegten Kinder. Die möchte ich, glaube ich, gar nicht suchen. Oder mal später. Gut. Dann gehen wir mal zurück nach Hause.